So, da kann ich jetzt gar nicht gucken hier. Dann brauche ich noch einen Ejektor, gucken ob ich die noch bauen kann, ob jetzt irgendwas an der Anlage nicht hinhaut, könnte schneller sein aber es geht, dann brauche ich noch mal eine bessere Anlage, du Dulli. Wow, da müssen einfach eine Overclocker an die IC2 Maschinen. Siehste, so einfach geht's. Robert ist, er macht es nicht. Ja gut, ich finde es auch nervös. Wenigstens habe ich eine Anlage. Das ist durchaus richtig. Dann muss ich zu meinem Nachbarn. Wieso, ich kann ihn auch vor den Duft springen, ist doch kein Problem. Okay, jetzt ging's wieder. Nein, ich werde keinem Ding rein. Ich werde nicht, ey. Den haben wir ja, den haben wir geschenkt gekriegt, so. Durch die Quest. Was hast du geschenkt gekriegt? Äh, was habe ich getan? Jetzt hast du mich wegen deiner blöden Frage hier wieder durcheinander gebracht. Gern geschehen. Die Infinity-Katalyssten. So. Gucken, ob das ein Fehler ist, den jetzt hier dafür zu verschwenden. Smolnik? Nein. Smolnik? Ja. Kannst du für mich bellen? Ich mach mehr in die Hose. So. Hast du dir eine Hose gebaut? Mhm. Oha. Cheater. Ich hab das nicht geschafft. Ja. Gut. Ich glaub, der Smolnik will sagen, er will Gast sein. Smolnik war doch schon Gast. Was? Du wärst ja mal mit jemandem neu. Auch gar keine Zeit. Das ist durchaus richtig. Hab das Modpack nicht. Was? Was? So. Smolnik. Du raus. Wie ist hier nochmal wirklich gebannt? Hast du gerade auch so rausgegeben? Was hast du erwartet, soll passieren? Was du rechtsmodell ist, ergibt irgendwie keinen Sinn, ist aber lustig auf eine Art und Weise. Tatsache. Warte, mach auch damit. Die haben sich geboxt. Der ging dahin, boxt den und geht weg. Damn, sit, am sit, damn. Die kommen hier nicht aus der Tür raus. Okay. Die stellen sich hier zu viert nebeneinander, versuchen nur durch die Tür raus zu gehen. Das kenne ich hier. Field Capacity könnten wir nicht auch mal machen. Ach, die Tür ist defekt. Duplating. Das ist Oranium 238. Oh, Shield Recovery. Gut. So, jetzt haben wir das alles da hochgezogen. Jetzt muss ich die nur nochmal eben hier reinstecken. Sieht schon wieder aus. So. So, Level... Weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt genug hab. Welche Stufe hast du die Upgrades? Draconic? Äh... Ja. Nee. Warte. Wie nennt sich das denn? Ja, Draconic. Ist richtig. Mehr geht ja wohl noch nicht. Wie, kannst kein Chaotic? Noch nicht ganz. Kurz davor. Äh, nicht ganz. Das könnte ich tatsächlich mit den Texten raustun. Man, der will aber nicht eben noch, ne? Ja, Dings. Kompost. Ich kam nicht vor. Alter, warte. Wie viele Kartoffeln da drin? Ah, nein. Jemand hat meine Kühe gefressen. So. Die waren lecker. Faye hat doch den ganzen Schleim von sich da erstmal hinterlassen. Ja, die... Solche Spuren kann nur Fellmaster machen, da. Seht ihr das? Ja. Die Kühe, die lagen nicht gut im Magen. Achso. Ja, ja. Ich dachte grad zum dritten Mal, dass ich mir was zu trinken haben sollte. Da wird eine Flasche stehen, wenn da nicht mal auf ist. Nope. Boah, ich dachte, ich falle. Wenn denn? Ein Void. Ich hab mir erstmal eine Sicherheit gegeben hier. Ein bisschen in der Void-Welt, oder wie? Ne, wenn ich da runterfalle, bin ich einfach froh. Kein Voidscharme? Äh... Ich weiß gar nicht. Du brotst ja einen jetzt weg, oder? Hast du es mal ausprobiert? Ich will es nämlich nicht probieren. Ich auch nicht. So. Ey! Du kannst mir aber das Banner reinbringen. Arschloch! Was willst du haben? Den Banner hier? Banner. 4, 54, 85. Oh, ein weißes Bild. Drei Steine. 60 Cobblestone. Ne, 85. Wo hab ich denn die Steinchen? Ja, ist ja gut. Meine Güte, jetzt lass mich doch mal nur meine Sachen hier einstellen. Oh, das ist richtig. Oh, das ist richtig. Wo ist das denn? Wo befindet sich das da? Irgendwo dahinten. Okay. 12. 12. Und... 59 Stairs. Hab ich denn so einen? Nein. Was sind die falschen Stairs? Das. Hab ich keiner von. 40 Sprucewood Planks. Fliegt fern, ne? Ne. Es wird's dunkel. Nein. Doch. Hier sind Äpfel drin, Weizen, Brote, Potatoes. Hier sind nochmal Potatoes. Da ist ein bisschen Erz drin. Da ist nächstes Erz drin. Hier ist Marble drin. Das hier ist stressig. Bei mir sind Piraten gespawnt. Piraten? Ja. Piraten und Raider. Beides in der gleichen Zeit. Soll das denn? Und Piraten... Du hast eine sehr schöne Sch... Danke. Piraten sind verdammt nervig. Weil die spawnen immer und immer wieder, solange man deren... äh... Dingsbums hier. Wie heißt das? Solange man die Spawner nicht abbaut. Okay. Weil die spawnen im Schiff. In diesem Schiff sind Kisten. Die sind aber alle leer. Und da sind verdammt viele Spawner drauf. Lass mich da rein in den Spawner kaputt machen. Und die hauen erst wieder ab, wenn man irgendwas bestimmtes erreicht hat. Ich weiß aber noch nicht, was man alle Spawner kaputt machen muss. Weil das hatte ich nämlich schon mal. Dass alle Spawner kaputt sind. Und die sind noch da gewesen. Hier haben wir ein bisschen Gold und Eisen. So hier sind noch Spawner. Da oben sind noch welche. Da könnte ich mich gerade aber nicht dran kümmern. Was ich da hochgehe. Wo kommt ihr denn alle her? Wo kommt ihr denn alle her? War das der letzte? Wahrscheinlich nicht. Hä? War das jetzt noch da Maurice? War das jetzt noch mal dran. War das stra하게 hier? War das limp. Was ist mein Geräuschen? Was ist passiert? Wow. Hätte mich jetzt ernsthaft auf der NTP. Wow. Im schönen haben sie es hier. Du hattest gerade einen Auskampf und bist weg teleportiert worden, sagst du? Ne, der teleportiert einen in den blöden Shadowray. Was darf man da? Schlafen? Du konntest doch alles mögliche machen. Nur nichts schönes. Ach, also werde ich da nicht hören. Das sind die blöden Dinger da, Mann. Das ist die blöden Dinger. 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 Wow. Das Klappen da vorne, die ich zumachen kann? Tatsache. Bitte unterlasse es, diesen Nachricht zu schreiben. Wow. Bin ich hier? Das hier auch? Mit einem Menschen. Warum habe ich keine Sprucehood Stairs? Was? Kannst du mir das erklären? Äh, weißt du nicht, weil du keine Sprucehood Stairs hast. Was hast du gut erkannt? Du bist zu voll bis neue Zimmer. Ich hatte aber so viele. Hey! Hey! Wie ist das jetzt? Hier. Hier. Noch ein bisschen. Das ist voll mit. Das ist ein bisschen. Sollte ich die Szenge? Genau. Komm, lass mal. Das ist voll mit. Das ist voll mit. Das ist ein bisschen ein bisschen. Das ist ein bisschen. Dafür habe ich drei. Das ist voll mit. Medellin aus Medellin. You killed me. No, not even close. You can't kill. Hast du nicht gesehen. Aber wo ist das? Dafür, dass du es getötet hast, ist es noch ganz schön tot. Wir sehen, wie der explodiert ja gleich ganz schlimm. Mir fehlt noch was von dir. An deiner Stelle solltest du ein bisschen Abstand halten. Aber ich brauche noch was von dir. Dann hol dir das. Ah ja. Sag ich doch. Siehst du, da kommt noch was. Da war mir klar, dass da was kommt. Und zwar das. So, für Mickey Maul. Goofy, goofy, komm hier. Aber ich habe es gemacht. Mörder. Ich liebe Mörder. So. I like Turtles. So, haben wir Jazar auch mal getötet. Er nimmt sogar extra einen Totem of Undying mit. Ja, der ist ziemlich krass, der Typ. Der hat so einen komischen, ähm, ja, das zieht sich so ran. Und wenn du es nicht schaffst, da abzuhauen und da drin bist, dann hast du ein Problem. Und ich weiß nicht, ob die Draconic dich davon rettet. Was ist das denn? Das ist so ein schwarzes Loch, wo du reingezogen wirst. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber Torge ist da ziemlich oft gestorben. Nein, erinnere ich mich nicht, weil ich zu der Zeit nichts gemacht habe. Und das Klasse an dem ist, oder das Witzige, besser gesagt, wenn du es wagst, in den Creative Mode zu gehen, dann one-hittet er dich einfach. Jetzt ist das hier auch noch. Oh, Mann. Hey, wo ist denn die denn, Alter? Was soll denn das? Hä? Ja, okay, das hat ja super funktioniert. Okay, schön. Ist das angestellt? Oh, ich will hier gerne den Sack herum. Und das ist schön für die Inge. So. Awkward Slabs. Das, das, das und dann Eldritch. Und dann haben wir ein Abyssal-Nomicon. Wo sind jetzt Awkward Slabs? Auch wenn die Kisten hier sortiert haben, ne? Ich fülle Stormwax, der ist 116. Gut, das ist kein Problem. Also, ich fülle den. Oh, was ist der? Spruce Woods und Stormwax. Na, keinem. Einem. Vier Stormwax. Aktion. Denkkon. Okay, das ist easy. Ei, sind Stone Slabs. Ein paar Fackeln und Spruce, what? Wie viel Spruce, wie mache ich jetzt? Axium Okay, ist der 26 Yorkshire Wenn ich brauche Was? Du Brauche ich Okay Das Zeug hier, ne? Hastur Gehe jetzt erstmal auf die Hastur Brauche ich denn ein Graver? Und Coins Ist auch nicht so schwer Wie viele brauche ich denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Acht Stück, okay Warum sind schon wieder alle Waypoints an? Es könnte sein, dass das irgendein Hotkey ist Die du noch nicht ausgestellt hast Weiß ich nicht So So, und das heißt ich brauche jetzt dafür Einen Coin Engraver So I'm out of time I cannot feel You're alive It's only for you And I love you now Would you let me go To get free Untertitelung des ZDF, 2020